Da stehen schon die nächsten Flötenköpfe. Mal gucken, ob die auch alle bezahlen. Halt bloß die Schnauze dahinten. Ich möchte nicht gespoilert werden. Winter der Leidenschaft ist eine Serie, die man genießen muss. Werden wir was vergessen? Ich muss schnell hinterher rennen. Du wartest jetzt, Kollege. Sie brauchen nicht gleich so zu zittern. Fangen wir mal hier. Ach, ich war heute wie ein junger Gott. Nein, ich habe die Oma umgeplacert. Moin, moin und herzlich willkommen zurück beim Bus-Simulator. Ich bin Keiji und wir sind hier in der letzten Folge die Strecke mit den Zinalteststellen gefahren. Das heißt, Gretungsplatz bis Hafen Pier 3. Leider ist mir aufgefallen, dass wir die in der falschen Richtung gefahren sind. So, ich bin in der Aufnahmepause diese Strecke nochmal in die richtige Richtung gefahren. Und da hat es trotzdem nicht gezählt. Ich habe ein Fahrrad drauf gemacht. Aber, na feng. Na feng. Ja. Das heißt, ich habe jetzt auch noch in der Aufnahmepause einen neuen Bus gekauft. Ein Zitaro K. Jo, so stehen wir jetzt noch ein bisschen in der Miese. Die Hafenverwaltung wurde dadurch freigeschaltet. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt mal eine Strecke bauen. Ich habe mir die mit den 14 Haltestellen ausgeguckt. Dann haben wir ein bisschen was zu tun. Schöne Fahrt, können ein bisschen quatschen. Jo, dann kommen wir los. So, also ich finde das mit dem Streckenbau nimmt langsam überhand hier. Neue Strecke. Anwählen. Ach, dass man hier hochscrollen muss. Landwirtschaftszone. Drei Stück brauchen wir auf jeden Fall. Bornstraße. Trivot Forschungslabor. Okay. Dann geht's hin. Ne? Oh, 14 Stück, ne? Maximal. Können wir direkt alle verbinden hier. Oh. Machen wir hier eine Rundf. Nein, da will ich nicht hin. Mal zurück hier. Geht das so hin? Oh. Guck mal, eine direkte Rundfahrt hier. Oh. Hafen mit hier. Dann. Ich würde sagen, das reicht, oder? Oh. Ich hoffe mal, das klappt diesmal, dass wir das alles gezählt kriegen. Ja, hier haben wir einen Fahrrad drauf gesetzt. Das heißt, Drehungsplatz für jemanden. Normalerweise reicht es, wenn wir die Strecken selber abfahren. Und im Nachhinein oder gleichzeitig noch Fahrrad darauf haben. Normalerweise müsste der das gezählt haben. Alles aber geht es nicht. Gut. Schauen wir mal unsere neu gebaute Strecke hier. Nehmen wir jetzt mal den neuen Zitaro K. Okay. Kann ich den nochmal. So. Der Bus. Der neuer Bus. Ja. Wo sieht der Bus aus? Das zeige ich euch gleich nochmal draußen. Den Start machen wir mal an. Das andere ist aus. Außer der Fahrgartenverkauf. Den müssen wir hier haben. Gut. Fahren wir mal direkt los. So. Ja, den Zitaro K bin ich sehr gewohnt. Ja. Damit kann ich noch, glaube ich, am besten fahren. Oh. Das wird eine lange Fahrt heute. Das wird doch geblinkt. Moin, moin, moin. Ist der wirklich neu? Oder nur frisch lackiert? Ah. Dieser Bus ist ganz, ganz neu. Und frisch lackiert. Meine Freunde. Sieht der nicht geil aus? Schön, ne? Ja, Leute. Wenn euch die Lackierung gefällt, schreibt es in die Kommentare. Jemand hatte mir ja beim letzten Mal reingeschrieben, dass ich, ähm, die... Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Welche Ziege? Ich habe da noch nie eine Ziege gesehen. Oh, Mann. Ja. Wie gesagt, ähm... Bei der letzten Folge... Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hat das doch irgendwer... Lass mich doch mal ausreden. Ähm... Letztes Mal hat jemand Kommentare geschrieben, dass ich die Busse doch einheitlich gestalten sollte, sollte. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und... Ich hätte mir überlegt, werde euch abstimmen lassen, welches Design euch am besten gefällt. Und das werde ich dann beim nächsten Mal auf alle Busse drauf lackieren. So. Jetzt... Typ, Standard... 2,80 Euro. Ach, zu viel rausgegeben. So ist es halt, wenn man gleichzeitig quatscht... ... und tocken muss. Äh, ich meine, Bus fahren. So... Nächsterhalt, Bootsbauergasse. 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 Gut, da halten wir. Oh... Ich muss sagen, der Bus ist noch der Beste. Der bremst sofort. Den kann man gut um Kurven brettern. Handlicher, kleiner Bus. So... Ja, ich kann meinen Schlüssel auch nicht finden. Wenn du deinen Schlüssel vergessen hast, dann hast du Pech. Dann stehst du nachher vor der Haustür und kommst nicht rein. Boah. Boah. Du musst den Schlüsseldienst rufen. Das kostet auch noch. Die Anfahrt. Das wird teuer. Ey, mein Bus wird nicht gepennt. Glaubet wohl. Ja, und? Ist das dein Problem? Bei wenigstens ein schönes neues Passfoto. Ich glaube, es ist gar nicht so lustig rüber. Pass mal auf, ey. Also, die Fahrgäste sind ganz schön frech. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Nein. Halt bloß die Schnauze dahinten. Ich möchte nicht gespoilert werden. Winter der Leidenschaft ist eine Serie, die man genießen muss. Und ich möchte nichts vorher hören. Eine Fahrkarte, bitte. Aber nur eine. Da passiert nun mal manchmal. Oh, nur wollen wir Fahrtkartenkontrolle machen. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Woll. Sehr schön. Hier ist die Fahrkarte. Ja, das Foto möchte ich nicht sehen von einer Katze. Hört er jetzt an, da? Jawoll. Jawoll! Das letzte Mal hatten wir hier Nachtschicht. Sieht das jetzt schon besser aus am Tag hier. Und nö, jetzt bin ich doch glatt. Jetzt muss ich da oben drehen. Nein. Ich arbeite auch mit meinen Straßen hier. Das ist nicht gut. Leute, jetzt müssen wir da oben im Rändekreis einmal komplett drehen. Ah. Und ich habe eine lila Kuh gesehen. Wo müssen wir denn jetzt aus hier? Da. Dann waren wir mal hier runter. Dann schaffen wir das zeitlich auch noch. Ja. Und lass mich doch blinken. Wo müssen wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir schon wieder rechts. Mann, no Mann, no Mann, no Mann. Da stehen schon die nächsten Flötenköpfe. Mal gucken, ob die auch alle bezahlen. Guten Morgen, euer freundlicher Bußfahrer ist da. Werden wir etwas vergessen? Dann muss ich doch schnell hinterher rennen. Ja, du wartest jetzt, Kollege. Wo ist er denn? Ja, ich komme gleich wieder. Kannst du dich schon mal reinsetzen. Aber mit Fahrkarte. Weil sie brauchen sich... Sie brauchen nicht gleich so zu zittern. Ich finde den Busch schön. Was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich möchte Leben in den Chat sehen. So, du möchtest jetzt für eine Woche eine Fahrkarte haben. Ach, wie Student siehst du ja noch gerade eben aus. Danke. Ein Euro. Zurück. Opa, was ist jetzt? Willst du einsteigen oder nicht? Bleibt doch da stehen. Reich ohne. Dich. Willst du immer ein bisschen leiser sein da hinten? Ich muss mich konzentrieren aufs Fahren. Oh. Da ist schon die nächste. Da steht doch Kläranlage. Frau mit roten Haaren habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Hier. Es ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass, äh, hier Frauen mit roten Haaren rumlaufen. Weil ich war einfach nur blind. Bitte, 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 bitte. So. Und weiter geht's. Och. Ist Hans jetzt echt zur Familie zurückgekehrt? Hoffentlich ist meine Schokoladenseite drauf. Ja, toll. Jetzt habe ich nicht aufgepasst und wegen dir ein Foto. Oh. Nein. Wow. Gestern war es super. Das ist aber knapp. Und hab dann die ganze Nacht im alten Segelberg platziert. Er hört aus so zu... Ach, der Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Erwischt. Er hat gesagt, ihr sollt nicht so laut quatschen da hinten. Mann. Zwei Fotos inhalb... Hast du dir jetzt zu ver... Nein, nicht Spoilern. Oh. Zwei Fotos. Leute. Ihr macht... Ja, ich sehe, dass du im Rollstuhl sitzt. Musst einen Moment warten. Die Oma ist hier auch, äh... Die steht schon halb in der Tür. Kann ich nicht zumachen. So. Jetzt kommt da eine Rampe raus. Moment. Ach ja, die Bremse. Wie immer. Regi. Ich glaube, das lerne ich nie. Kommt da rein. Zackig, zackig. Zum Glück hab ich den Bus noch erwischt. Ja, wenn du langsamer gefahren wärst mit deinem Rollstuhl, dann, äh... wär's wahrscheinlich zu spät gekommen. Aber ich halte ja. So. Los geht's. Noch ein Tag, dann hab ich endlich frei... Ja. Ja, schön. Ich muss noch bis Sonntag arbeiten. Aber macht nix. So, und diese nicht. Jetzt... Jetzt fahr ich aber richtig. Jetzt sind wir zweimal im Kreis gefahren, ey. Halt. Stehenbleiben. Am Vorfahren. So. Baustille. So. Dann ist auch die nächste links. Ja, da steht mein Kollege. Oh, ja. Ja, Moment. Ich steh doch noch gar nicht. Okay. Ja, jetzt muss ich noch mal, äh... noch mal zumachen. Eine Fahrkarte, bitte. Lass mich doch erst mal den... Wollte den Rollstuhlfahrer jetzt erst mal... Okay. Ja, die Tür ist blockiert. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Das ist so laut hier. 4,20 Euro. Danke. Okay, it's okay. Wolltet ihr mal aufhören, da hinten von Winter der Leidenschaft zu... Quasseln. Ich möchte heute hier nichts hören. Ach. Ja, diese blöde Bremse. Jedes Mal... Mama Mia. So. Komm. Fahr raus. Ähm. Oh nein. Ich bin eingeschlafen. Wip. Näh. So ist richtig. Ich glaube, er sagt, bei mir wird nicht gepennt im Bus. Wo kommen wir denn da hin? Nächster Halt. Hafen. Bier ein. Ja, du auch. Hafen 4,1. Dann haben wir gleich noch eine. Die war dann schon ruhig? Näh, ne? Dann wäre er zu schnell eigentlich. Nächster Halt. Hafen. Hafen 4,1. Hafen 4,1. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als er. Ja, Mama Mia. Mein Beileid. Oh Gott, oh Gott, Gott. Alles schnell reinkommen. Du brauchst auch nicht zu bezahlen. Hauptsache, der Krach geht hier weg. Laut. Ein Fahrkarte. Der Tag. Stimmt. Hans ist zurückgekommen. Und jetzt ist er schon bei der Familie wieder eingekehrt. Schön. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, der bleibt, wo der Pfeffer wächst. Nächster Halt. Guten Tag. War mal ein bisschen schneller da vorwärts. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Ja. Bin ich gut oder bin ich gut? Ja, jetzt kontrolliere ich aber mal hier. Das kann nicht sein. Na, so klein ist es doch nicht. Ah, du hast mich schon so schief angeguckt. Das habe ich direkt gesehen. Ja. Sowas muss bestraft werden. Am Blick. Da. Äh, hier. Wer hat seinen Müll eigentlich hier liegen lassen? Mann, ey. Was seid ihr für eine Sippe, ey. Kann doch nie wahr sein. Nächster Halt. Hafen. Verwaltung. Oh, jetzt sehen wir zum ersten Mal die Hafenverwaltung. Da sind wir nämlich noch nicht gehalten. Guck mal hier links. Links ist die Hafenverwaltung. Ja, Schlaglöcher sind hier natürlich auch. Links rum. Kommt kein Fußgänger. Nächster Halt. Hafen. Verwaltung. Hafen. Verwaltung. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Das ist auch mein Lieblingsbus. Damit kann ich sehr gut fahren. Kann ich bitte eine Fahrtate haben? Ja, vielleicht. Standard 1. 3,80 Euro. Danke. Machen wir, glaube ich, noch Ölhafen Nord. Ne, da sind noch drei Strecken, sind noch, glaube ich, zu machen. Ölhafen. Hafen 4,1 und 3, glaube ich. Machen wir mal hier. Heute wie ein junger Gott. Mann, oh Mann. Ja. Ich habe eine Grenze drin gehabt. Dann kann das auch nicht klappen. Nein. Ich habe die Oma umgeplacert. Oh, das gibt Minus. Das gibt Minus. 20.000 Euro. Mit mir werdet ihr nicht reich. Ja, mir ist heute auch nicht mehr nach Arbeiten. Oh. Nach dem Schock muss ich erstmal hier... Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Äh, ja, Moment. Standard 1. Dann wieder 3,80 Euro, den Standardsatz. Ich brauche eine Fahrkarte. Ah. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Einzel-Standard 1. 7,80 Euro. Ach, und noch zu viel rausgegeben ist. Heute ist, glaube ich, nicht mein Tag. Erst den Fußgänger überfahren. Nein! Habe ich nicht. Alte Sägewerke, ey. Ölhafen, Süd, Endstation, Bühnehafen. Da feiern die sowieso nur, wie die Bekloppten. War einmal da, nie wieder. Wo Psychopathen am rumzappeln. Zappeln. So. Bühnehafen, Süd. Ah, Gott sei Dank, ey. Das war eine anstrengende Fahrt. Ich hoffe, sie beehren uns alle wieder. Hat mich sehr gefreut mit ihnen. Nö, hat keiner mehr hinterlassen. Gut. Gucken wir mal die Türen zu. Ja, fast enden. So, dann wollen wir mal gucken. 1,51 Euro. Ernsthaft? Naja, dafür haben unsere Kollegen gut Geld gemacht. Schauen wir mal auf den Strengplaner. Seht ihr das? Seht ihr das? Auf jeden Fall eine geile Fahrt. Video gefallen hat. Macht das Däumchen hoch. Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Unterstützt mich. Teilt meine Videos auch gerne. Und, ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge nehmen wir uns, ja, andere Punkte nochmal vor. Ja, und ich würde sagen, ich nutze die Aufnahmepause und versuche das mit den Strecken irgendwie zu regeln, dass sie gezählt werden. Ja, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.